So schalten Sie die iPhone Mailbox aus. Öffnen Sie die Telefon-App und wechseln Sie unten in den Ziffernblock. Geben Sie nun RAUTE RAUTE 002 RAUTE ein und drücken Sie auf den grünen Hörer. Anschließend wird Ihnen in einem Infofenster angezeigt, dass die Deaktivierung der Mailbox erfolgreich war. Sie können den Vorgang nun einfach mit einem Tipp auf Schließen beenden. So deaktivieren Sie einzelne Mailbox-Funktionen. Anstatt die Mailbox ganz zu deaktivieren, können Sie auch einzelne Funktionen ausschalten. Mit RAUTE RAUTE 61 RAUTE deaktivieren Sie die verzögerte Rufumleitung. Mit RAUTE RAUTE 62 RAUTE deaktivieren Sie die Rufumleitung, wenn Sie nicht erreichbar sind. Mit RAUTE RAUTE 67 RAUTE deaktivieren Sie die Rufumleitung, wenn besetzt ist. Bis zum nächsten Mal!